Ein Ford Kuga steht hier zum Verkauf. Der Kaufhaben SUV ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 6,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 21.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Kögler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017